Wir machen mal das F3, ne scheiße, wie war das noch? Wir können ja jetzt so machen, Leute, haha, mein Skin ist ja so geil Hallo und herzlich willkommen zu Just Craters Hier seht ihr schon schön, Season 1, wir sind jetzt hier, ich gehe mal wieder zurück, das ist hier sonst ganz kürzt So, Red ist schon irgendwo auf der Met, mein Kommen, achso, ja klar, wir haben jetzt einen Channel, warte mal Hat kurz ein bisschen gedauert, ich war aber auch nicht mehr so drin So, hier möchte ich jetzt ungern runterfallen, beziehungsweise wahrscheinlich kann man hier einfach runterspringen, ne? Okay, ich renne mal so ein bisschen in deine Richtung Lauf mal zu den Koordinaten, Minus 1780 Ja, schreib mir das in den Chat, ich kann mir das noch nicht merken, du weißt doch, wie mein Gehirn ist Ich schreibe das nicht in den Chat, ich schreibe dir das per Discord Ja, das meine ich, Discord-Chat Ja, klar, also das Ganze ist halt so ein bisschen ein Just Craters-Abklatsch Nur für kleinere YouTuber, bin ich ganz cool, da machen wir jetzt mal mit Guck mal, mein Skin, wenn ich rede, ist er einfach ein größerer Kopf Und wenn ich nicht rede, ist er ein kleinerer Kopf, das ist ganz cool Und es wird Nacht, perfekt, Digga Ich hab gar nichts, gar nichts Am besten bringst du noch Essen mit, wenn du Essen mitbringen kannst auf den Weg, also wenn du jetzt nichts findest Achso, ja, aber dann koch ich mir mal hier ein bisschen was Das sind Hunde, soll ich die umbringen? Das sind Öfen, das darf ich jetzt nicht rausnehmen, ne? Was? Öfen und Kisten, darf ich dann nicht Zeugs rausnehmen, ne? Ne, 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 also wenn das am Start nicht vorne Ja, ne, hier ist ein bisschen weiter hinten, aber trotzdem, ich mach's jetzt mal nicht Will nicht so nach 5 Minuten wieder aus dem Projekt sein Nach 5 Minuten, zack, disqualifiziert Ja, Leute, das ganze Ding hier ist eigentlich vor allem mehr ein Streaming-Projekt Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist das so Ja, genau Und wir geben vielleicht ab und zu dann mal noch ein bisschen Best-Obs auf YouTube Aber diese Folge hier ist so ein bisschen Startschuss Einfach damit ihr auch checkt, was los ist, was ist Sache Ah, ich bin tot Bro, da ist einfach ne Schlucht, ne Felswand direkt runter Wir spielen die 1,20, da geht's öfters mal relativer drunter Ja, das habe ich jetzt gerade gemerkt Ja, hast du ja auch schon die Minus, Dinger Aber immerhin, immerhin zieht, äh, zeigt, dass die Dingens an die Todeskoordinate Ne, was ich sagen wollte, ist halt, wie gesagt, so eine kleine Info-Folge Halt die Schnauze Einfach so ein bisschen zur Info Ey, das ist jetzt ein Streaming-Projekt, das wird unter der Woche dann so ein bisschen kommen bei mir Laden wir morgen die Folge hoch, also samstags Weil ich hätte morgen tatsächlich Zeit am Morgen Ja, okay Also ich muss morgen gucken, ich schlafe erstmal aus Also so bis, äh Ja gut, da bringt's gar nicht, dass ich Outlaws Stream jetzt gesagt habe Weil dann sind jetzt die Leute vielleicht erst, wenn das schon gemacht ist Anyway, dann könnt ihr nachschauen Das Ziel der heutigen Folge, der ersten Folge ist es Erstmal zusammenzufinden, hier zu chillen Ich habe gerade ein Chicken gefunden, aber ich habe jetzt natürlich kein Schwert mehr Gib mir dein Fleisch Ich habe schon, ja, dann Schon mehr Hühner gemetzkelt, also das Kommen wir jetzt auch noch hin Geschlachtet, meine ich nicht gemetzkelt, das sagt man glaube ich nur bei uns Ja Richtig Wieso, was, was wir denn nennen? Komm, Fäden brauchen wir doch nicht, Mann Ich habe, ich habe den Haar so voll Ja, die wollen jetzt, die holen wir jetzt alle an hier vom, vom Schützverein so Komm auch saugen Scheiß Alkoholiker Ja, nee, äh Ist ja so bei euch in der Schweiz, da sind ja jeder zweite ist dann Alkoholiker Hey, jetzt chill mal Nur weil es mein Mod ist, ich bin schon wieder Das gibt's doch nicht Hey, ich hab Bist du in die selbe Schlucht gefallen? Ja, aber ich wollte mich runter bauen, aber hat nicht geklappt Digga, brauch dich doch nicht in irgendeinem random Schlucht fahren Oh, jetzt stirb ich nochmal Oh, nee, das ist halt aber das knapp, Junge Ich kann nicht reden Ich laufe jetzt außenrum aus dem Berg, Digga Kommt das eh nicht gut? Aus dem Berg Ich, ich kann kein Deutsch Leute, ich hatte heute einen langen Tag Das ist die erste Folge Fünfmal sterben Und hoffentlich finde ich irgendwie zu retten Diese Folge wird nicht vorher zu Ende sein Hä? Hä? Wann willst du mich verarschen? Also er stirbt auf Dann können wir mal anfangen Digga Jetzt kracht's aber gewaltig hier Die rumhärts die ganze Zeit an, hallo Jetzt kracht's Leute, ich bin jetzt außenrum gerannt Also wenn ich jetzt wieder Das ist ja hier immer noch übel hoch Warum willst du denn die Schlucht? Das ist doch nicht bei mir Ja, das ist hier einfach der Berg Der ist hier einfach abgeschnitten Das ist die Welt irgendwie falsch generiert Der Laufwand, also ich glaube nicht Was ist das? Ich versuche ein bisschen Nahrung mitzunehmen Äh, das könnte ich auch wieder nach Koordinaten laufen Ich hab einfach unterirdisch, ne? Oder unterirdisch, ne? Hab ich hier einfach das eine mal nen, äh Hier war einfach so ein verlassenes Portal, ne? Unter der Erde In der Höhle Verlassenes? Unter der Erde? Ja, ja Ich auch nicht Oh, Zombie, Hilfe Kannst du das gut nach Koordinaten laufen? Weil manche Leute haben ja da richtig Mühe Ich kann das nicht Okay, dann bist du so einer davon Und das Licht Ey, ich hab ja auch aktuell Ich hab ja die ganze Zeit nur eine Goldhose Na Mit Reparatur Hä? Was ist denn jetzt? Hä? Was ist denn das? Was? 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 Was heißt denn? Gar nicht, keine Ahnung, irgendwie war da alles komisch Es war komisch Lampi ist da Lampi Ach so, das war Junge, ich war gerade so verwirrt Junge Wie geht's los? Das ist Lampi Hi, ich bin Mein King Du bist ein Schammerlampi Lampi Ach schön Ich überleg mir halt, ob ich mir ne Dia-Rüstung mache Also ne Dia-Chessplate schonmal, mindestens Dann kannst du mir dein Stuff geben Ne, aber das Ding ist, wenn ich mir jetzt ne Dia-Chessplate ist Das Ding ist, wenn ich ne Dia-Chessplate jetzt mache, dann ist sie dann schon wieder halb kaputt, wenn ich sie verzaubern kann Ich würde zuerst nen Verzauberungstisch machen Ja Ja, können wir schon, ich hab 7 Dias Alter, ach du Scheiße, ich hab nen Hundschwert, Digga Also ich hab halt nur gehört, dass irgendwie ein Hund fast gestorben ist oder so Ich hab den umgebracht Warum? Naja, ähm, Timber und Berix wollten unbedingt in meinem Chat, dass ich den mit dem Amboss umbringe Also tot durch Amboss Und ähm Das warst du? Tot durch Amboss Ah, gute Zeit Äh, wer diesen armen Hund getötet ist ehrenlos von Ja Tot durch Amboss? Ich hab Eisen gefunden, aber ich kanns nicht abbauen Ja, brauchst du ja jetzt nicht, Junge Hab ich, stand ich dann quasi davor und hab gesagt, okay Ich mach dat, ne Bei nem Sub Ja, und dann hat Berix reingesuppt War interessant Jan ist im Stream Oh 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 Hallo Janis Hey, was ist das hier? Hi Hab nix gemacht Direkt raus mit dir, du Schläfer Das kann doch nicht wahr sein, wie scheiße ist denn diese Höhle hier? Ich bin beim Minensystem, wo soll ich da lang? Lauf den Fackeln nach Ja, zum Glück hat's nur eine Fackelspur War hier jetzt wirklich nur eine Fackelspur gerade? Muss einfach dort so lange folgen, bis dann die Fackeln zu Ende sind? Es sind überall Fackeln Oh, jetzt werde ich von hier, wo zwei Mini-Zombies verfolgt Ach du Scheiße Bitte sterb nicht schon wieder Ne, das kann jetzt gleich Och, noch ein Skelett, Leute Ja, bist du in der Höhle, was erwartest du? Ja, schon, aber die Och, oh, oh Jetzt wird's gleich noch durchgefährlich Ich baue mich ein Jetzt verpiss dich doch Das macht mich halt nicht so Noch so ein Profi wie ich scheinbar Ich hab überlebt Ich lebe Ich hab ein bisschen was gefunden Ich hab vor uns auch Ich lebe nicht mehr Ach, ist auf Ich bin tot Jetzt würde ich schon wieder halb geschossen Leute, bitte Frag doch vielleicht, äh, Hetzner Oho, nein, ich sterbe wieder Bitte dir schränken Bitte nicht Och, er ist daneben geschossen Kann man irgendwo dann die Statistik sehen? Du gehst mir echt auf den Sack Ne, ich bin gleich wieder bei meinem Todespunkt Ich bin gleich bei den Koordinaten Die du mir... Och, da vorne sind zwei Skeletten Da ist eine Spinne Oh nein Ich hab ein halbes Herz Ach du Heiliger Und ich finde den Höhleneingang nicht mehr Joa, lebe mal Ach, hier, warte mal Ich glaube ich Nee, nee Alter Du wirst mich nicht, ich seh das schon Ja Ja, aber Ich kann ja jetzt nicht reiten Ich habe keinen Zettel Ich hole dich mal irgendwo Noch, ich habe zwei OP-Goldäpfel Du hast einen OP-Apfel-Cheats Ich habe zwei OP-Goldäpfel Ja Ah, nee, aber ich meine den Cheat Du hast den zweimal sogar installiert Ich schreibe mal kurz was in unserem Discord Aber das brauche ich später Koordinaten? Ja Alter, du hast aber auch ordentlich Follower Boah, ich bin jetzt auch nicht so groß, ne? Wesentlich größer als ich Nein, ich glaube du wirst gerade gehackt, ne? Wieso? Du hast gerade einladen Du verschickst Einladungen über Discord Zu einem Nudes Discord Oh oh Du spamst das gerade in alle Kanäle Auf allen möglichen Dingern Oh, ich sehe das, ja Das ist schade jetzt Tu mal schnell dein Discord-Passwort ändern Ja Äh, Tim, beachtest du mal grad ein bisschen auf den Discord Bei... Ja Oder bei... Du hast das bei mir ja auch auf den Discord reingemessen Ja, das ist jetzt überall drin Ja, oder bei Janas Digga, wo endlich der das Passwort Ich bin hier cool drin Oder dass du es zumindest schnell genug löscht Ja, es ist überall jetzt Ja, du hast es auch bei unseren Dingern Jeder Mensch hat das Alter, ich äh Alles schreiben wir gerade so zurück Fragezeichen Okay, aber es war nur Discord Das gehackt wurde auf meinem PC Ist nix, okay Bin ich froh Aber ich fühl das... Ich hatte das ja auch schon mal Und bei mir wurde... So, gehen wir mal zurück To Minecraft Leute, ne Ich lebe immer noch Wie kann das denn sein? Ich hatte ein halbes Herz Ich hab immer noch ein halbes Herz Du bist aber permanent gebannt Aktuell noch wahrscheinlich Ja, wahrscheinlich schon So Ah, ich wurde gestorben Ich komme jetzt nicht tp jetzt zu spawnen, ja Ich wurde gestorben Oh, nein, nein, nein Ja, ist er jetzt auch nicht dran Ne, jetzt bin ich wieder drauf Ja, jetzt... Ich bin jetzt am spawnen, mein King Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Hä? Ich bin jetzt am spawnen Aber wie komme ich denn jetzt hier runter? Was ist denn hier für eine Party? Du hast ne Elytra Hä? Die hab ich nicht Ich muss nur meine Chestplate ausziehen Ja, wo braucht ihr eigentlich? Oh, oh, oh Gott, Alter Hallo Digga, bin ich erschrocken, wirklich Okay, komm, wir gehen wieder in unser Haus Diesmal schreibe ich auch niemanden an Du mal eine Werkbank machen Ich bin von dem Haus rechts raus Ja Aus dem Haus rechts raus Das wird Beric schreibt Alter, das ist wieder eine fette Schlucht Ja, dann ruf mich denn jetzt an So, Janik, wo bist du? Ja, das ist... Ich hab' Ich hab' Ich hab' Ah doch, warte Der Tick-Speed ist wahrscheinlich höher, ne? Nein, er hat Knochenäle nutzt Ah, okay Hier, schau mal Meinke, wir haben ne Schallplatte, ne? Hast du's wieder angeplant? Wir haben ne Schallplatte? Ich hab' eine angepflanzt Ja, ja Dann hatte ich noch vier und dann hab' ich 50-50 gemacht Ja, okay, find' ich gut Ja, Rett, das wollte ich dich auch noch fangen Wie sieht das aus? Wollen wir ne Base machen oder einfach? Ja, klar wollen wir ne Base machen Aber nicht halt diesen Namen spawnen Sondern halt Ja, klar, ja, ja, aber Dann wollen wir... Wollt ihr meine wunderschöne Base sehen? Ich bin grad noch hier ein bisschen am... Oder mein King Willst du? Ich möchte dich heiraten, ja Joooo Ne, wir können gleich mal mitkommen Wer ist denn dann die Frau? Du hast... Äh... Ja Ich? Hallo? Hast du mal mein... Mein Rad gesehen? Hehehe Stimmt Pass auf Das macht absolut keinen Sinn Ja, weiß ich jetzt nicht Mein Schwatz ist auch schon ganz groß Ja, okay, dann übernimm dich die grauen Rolle Du Axel Lodl, Alter Du Loll, Alter Also wenn ihr ready seid, kommt zum Spawn Ach scheiß, ich war gemutet Wir müssen aufpassen, was wir jetzt sagen Cheffe ist im Stream Aber wir sagen noch nichts Schlimmes Wir sagen nie was Schlimmes Ja, richtig Du bist so ein... Na, Spaß Das sagt der Ich hacke nicht Ich hab 3 Spawner gefunden Deine eine Char-Kohle behalte ich jetzt, du Hacker Können wir ihn bannen, weil er hat ja quasi gestohlen Natürlich Ja Da ist halt so ein richtiger Crap drin So, komm Du hast nicht mal das Schild gelesen Achso, ich hab's aber rausgebracht Da stand... Da stand... Da stand... Äh... Red Mit 3D Ja, meine Welt hast halt nen Anfall Äh, nicht hast du Und ich hab daraus reddit gemacht Reddit Hinter dir? Mein Kinn Achso, Lodl, ja Großplatz ausziehen Achso, äh, ja Genau, jetzt hast du ne Lytra Einfach hier geradeaus Wir müssen... Oha, Savanne Wie viel Damage hab ich dir denn gemacht? Ah, da ist das Schiff Verherzen Hier ist ja ein Ocean Monument Da ist ein Portal Ist das da deine Base? Ja, kommen wir zum Portal Ahja, das Portal sind ja auch Also, aufpassen Hier ist ein kleines Loch Da ist muss sterben Ja Ich hab das Chicken bekommen Hier ist ein Loch, wenn du hier runterfallst, sterb dir Junge! Mein King, wirklich Ich... Ich hasse dich, ne? Wirklich Bist du dumm? Mein King, wirklich Ich... Ich hasse dich, ne? Wirklich Ich hatte 40 Level Achso, ja Das ist schade Digga, du bist so dumm Wie kann man nur so sein? Ja, wir können ja ins Nether gehen Dann ist das... Wirst du mich verarschen? Wirklich? Alter, ne? Sollen wir jetzt eigentlich da runter gehen Oder wo gehen wir jetzt hin? Ich bin trotzdem fast gestorben Als ich reingekracht bin Ich bin noch Level 7, mein King Level 7 Ja, das ist schon ein bisschen belastend Oh, Alter, ich... Soll ich Janis auch runterschupfen? Janis, willst du fliegen lernen? Hahaha Nicht Nicht Okay, bei dir mach ich ja auch noch gut Der sneaked ja noch extra so Ja, wirklich Ich... ich... Ich bin kurz davor meine Maustaste zu tun Nein, 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 nein Bist du bereit, mein King, für meine krasse Base? Ja Du hast noch nie was schöneres gesehen Hahaha So ein Dirt-Haus So ein... Dein erstes Minecraft-Haus Du hast mir nicht zu viel besprochen Es sieht auch wie so... Wie so eine kleine Toilette So Somebody won't tell me the world Ja Halt mit dem... mit dem... Ah, das ist ein Pie, hallo Das ist wirklich... genau das habe ich erwartet Also wirklich Guck mal, hier war eigentlich mein Zombie-Villager drin Oh, das wäre voll cool gewesen Was steht hier? Lampi, okay, ja Also habe ich eine hübsche Base? Äh, ja, also 10 von 10 Was hast du denn? Also du hast auch schon voll viele Items, ne? Oh, nee Schwarz-Eichenwald Das ist ja eine große Festung Hä? Du hast Lava geholt, oder nicht? Weißt das nicht, du? Nö Nein, ich hab... Wasser Ja doch Oh nein Oh nein Nicht Lava Ja, jetzt... das ist jetzt... war sehr... Äh... schlecht Ja, ich... jetzt muss ich mich in acht nehmen Ich seh das Schöne uns beide an Haha Nein Haha Oho Nein, Hilfe Ältschüsse... Äh, bitte... Bande den... Bande den Verrückten Aua Aua Nein Alavaro Ich hasse diese WP-Werse Aua Aua Komm jetzt her, Red Du stürmst, ich weiß das doch Ich kenn das mein Kampfsystem Mal wieder kurz sehen Ja und Sch**** Oho Ich will jetzt meine Goldäpfchen nicht verschwenden, bin ich ehrlich Ja, schade Oh nein Und jetzt muss ich den Gewinner töten Aaaa Nein Ich will Varo gewinnen Hahahaha So Leute ich würde sagen Das ist der perfekte Abschluss für mein erstes Video Wie gesagt danach kommt das ganze Äh, in Streams auf Twitch Perfekt Das war's Leute Tschüssi Untertitelung. BR 2018